Mh, lecker. Was riecht denn da so gut? Nichts. Hau ab. Willst du denn nicht mit deinem guten alten Freund Läster teilen? Das ist nicht zum Fressen. Aber es riecht so gut. Mh, wenn du es unbedingt wissen willst, das ist meine Vorhaut. Was? Ja, Mann. Ich muss die trocknen. Wer zur Hölle hat dir denn ins Gehirn geschissen? Niemand. Watras braucht eine Vorhaut. Und die bringe ich ihm jetzt. Spaß dir einfach. Ich will es nicht hören. Eben warst du noch ziemlich begeistert von diesem Doft. Wah, du abartiger Vollspasti.